Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 2 und mit dem Schatz, den wir hier gefunden haben, was hier nicht alles im Heizungskeller so versteckt ist von einem Museum, und dann machen wir uns direkt mal weiter, da vorne sieht es gut aus, ähm, ja. Ja, sehr gut. Vielen Dank. So, bin ich mal gespannt, ob wir hier gut durchkommen. Oh. Vielleicht findest du sie an. Ähm, das hier. Halt, ich hab's. Gut. Oh, oh, und jetzt. Ähm, wo ist er hin? Nein, 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 oh. Ja, und damit haben wir unseren ersten Tod auch hinter uns. Ach, da irgendwie nach da drüben. Na, es sei ein bisschen dunkel. Das hab ich nicht auf Anhieb gesehen. Ähm. Wie? Moment, wie kommen wir denn da weiter? Oder müssen wir uns da hochziehen? So, und tap. Alles easy. Okay, okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Okay, okay. Oh, ich seine. Oh. Ah, deine Tür suchen. Ähm. Hier rein. Verteilerkasten. Verteilerkasten. Oh, sehr gut. Es war kein Verteilerkasten, aber ein schöner Ring. Ähm. Warum haben wir denn hier den Verteilerkasten? Das ist kein Verteilerkasten. Ähm. Das ist ein Feuerlöcher. Der, 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 dem Verteilerkasten. Oh, nach was suchen wir hier genau? Hm. Das ist mir ja schon klar, dass ich dem Stromkabel folgen soll, aber. Moment. Ist das da oben nicht? Ah. Wer war mir doch richtig? So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Sehr gut. Vielleicht sollten wir die Taschenabend ausmachen. Mist. Den nehme ich. Ah. Verdammt. Ich hab nicht genug schnell. Ja. Das war nicht so clever bei mir, aber egal. Wir haben ihn. Da ist der Turm. Ja. Aber wir müssen übers Dach. Und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Was ist das denn für ein Museum? Okay, okay. In Deckung. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Gut, dass er das vormacht. Nein, nein. Ich bin hoch. Ich bin hoch. Und lass. sehr gut. Wo ist der hin? Da? Ich soll ihm folgen Okay, ich soll links gehen So, den haben wir Ich weiß nicht, ob wir hier drüber springen können Da hinten ist auf jeden Fall was Hier So, hier mussten wir noch durch Ne, da vorne ist er Okay Wenn wir das anheben Können wir drunter durchkriechen Hey, hey Nicht so schnell Da ist noch ein Alarm Na toll Wann nimmst du das? Warte Na gut, wir müssen also einem weiteren Alarm Kabel folgen Ähm, nun gut, wo ist denn hier ein Verteilerkasten? Da geht's lang, oder? Nach da oben? Rüber kommen wir da nicht Vielleicht müssen wir doch nach oben irgendwie Vielleicht hier rüber? Ah, nee, ich denke nicht Also es kann glaube ich nur drüber sein Der Kasten Aber hier kommt man irgendwie Hm Puh, das ist gerade echt schwierig Wie kommen wir denn da hin Oder wo ist denn hier der auf der Kasten? Ich dachte ich bin hier richtig Aber anscheinend Ich hatte das Gefühl, wir müssen da oben drauf Da hin Aber wie kommen wir da hoch? Hier kommen wir nicht hoch Aber was ganz klar ist Das Kabel sieht aus, als würde es nach da oben gehen Ah, ich verstehe Ja Ich muss irgendwie nach da oben kommen Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Okay, ist aus Okay Eins Zwei Drei Los Hast du's? Ja Schnell Okay, okay Los Beheilung Moment 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 Okay Wir müssen über den Hof um aufs Dach zu kommen Okay Alles klar Genau Geht zum Brunnen Jürgen Ja, nun Geht zum Brunnen Oh 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 So, den haben wir. Den auch. Der steht mit dem Rücken. Da, okay. Und? Haben ihn. Läuft ja perfekt hier. Ninja-Experte. Ist hier noch irgendwo einer? Da vorne. Aber der steht mit dem Gesicht zu uns. Hm. Na komm. Okay, 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 okay. Oh, verdammt. Nicht aus. Mist. Oh, nein. Dabei waren wir doch so gut. Okay, aber diesmal genauso. Nur den letzten eben noch. Träumschönen. Träumschön. Mal hier hochschauen, ob ich alle hier habe. Sieht gut aus. Wo war denn der, der uns beim letzten Mal gesehen hat? Das sah irgendwie aus, als würde er von oben schauen. Hm, da. Ah, ich verstehe. Der da oben hat uns gesehen. Ich weiß nicht, ob wir mit Kreis auf ihn springen können. Das hat er gesehen. Okay, ja, alles klar. Ja, ärgerlich. Hm, die letzten drei da stehen einfach ein bisschen doof. Ich würde wohl doch nichts hier mit Ninja Drake. Ganz leise. Ja. Ha. So weit, so gut. So, den haben wir. Da sind noch zwei. Okay, also wir müssten schauen, dass wenn der da oben nicht hinschaut, wir den unten erwischen. Ich weiß nicht wieder, ob der hier runter schaut, irgendwann mal. Sieht aber nicht danach aus. Ah, schlaf gut. Sehr gut. So, den haben wir jetzt auch nochmal. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Boah, ganz nach da oben? Also aufzu... Nein. Das wäre es ja jetzt noch, dass wir hier abstürzen, nachdem wir alle jetzt erwischt haben. Das ist aber verdammt gut verteidigt eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Leute hier jetzt waren. Und rein damit. Oh, Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, ne klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh. Äh. Gute Idee. Gut. Okay. Nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut. Aber ob wir wirklich schießen können, das sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Also dann. Ciao, ciao. Mal. 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 Mal.